Hallo zusammen, ich bin's mal wieder euer Michael und heute gibt's von mir ein Video zum Updaten des DJI Smart Controllers und dem damit verbundenen 99% Problem. Wenn ihr euren Smart Controller über das WLAN updaten wollt, könnte es sein, dass ihr das Problem bekommt, dass das ganze Update bei 99% abbricht. Hier habe ich die Lösung für euch. Ihr benötigt dazu ein PC oder Mac, auf welchem ihr die DJI Assistant 2 für Mavic Software installieren könnt. Die ganze Software könnt ihr euch auf der Homepage von DJI runterladen. Nach dem Installieren macht ihr den Assistant auf, den Smart Controller dürft ihr da noch nicht verbunden haben. Verbindet jetzt den Smart Controller mit dem PC oder Mac und schaltet ihn an. Auf dem Smart Controller selber werdet ihr gefragt, in welchem Verbindungsmodus ihr das Ganze betreiben wollt. Hier solltet ihr die Funktion dieses Gerät aufladen benutzen, ansonsten wird das Update nicht funktionieren. In der DJI Assistant Software sollte jetzt der DJI Smart Controller sichtbar sein. Wenn euer Controller also entdeckt wurde, kommt ihr auf die nächste Seite für das Firmware-Update. Hier werden aktuelle Updates gesucht und normalerweise sollte es euch das letzte aktuelle Update anzeigen. Nach einem Klick auf Upgrade geht's dann auch schon los und die Firmware wird heruntergeladen. Das Ganze kann schnell oder langsam gehen, das hängt von eurer Internetverbindung ab und vor allem von den DJI Servern, welche aktuell zur Zeit recht gut ausgelastet sind. Nach dem Rundeladen werden die Daten dann automatisch auf den Smart Controller übertragen. Auch das kann nochmal ein paar Minuten dauern. Nach dem Übertragen geht's dann auch direkt los mit dem Updaten. Dies wird euch auch auf dem Smart Controller direkt angezeigt. Auch hier können wieder ein paar Minuten vergehen. Bei mir war es so, dass die Software bei 98% keine Aktualisierung mehr vorgenommen hat und ich das Ganze nur noch auf dem Smart Controller verfolgen konnte. Hier werden dann einige Neustarts durchgeführt, das sollte auch nochmal etwas Zeit in Anspruch nehmen. Nachdem der Smart Controller dann wieder direkt hochgefahren ist, könnt ihr mit einem Druck auf Connect die Mavic verbinden. Hier kommt ihr in die Fluggerätverwaltung und könnt hier eure Mavic Air 2 hinzufügen. Um die Mavic Air 2 in den Kopplungsmodus zu bringen, müsst ihr den Batterie-Knopf 4 Sekunden lang dauerhaft drücken. Danach piepst die Mavic V verrückt. Der Kopplungsvorgang selber geht dann innerhalb von wenigen Augenblicken. Ihr könnt dann noch ein Name für euer Fluggerät vergeben. Dann werden noch ein paar Resource-Dateien initialisiert und dann kann es auch schon losgehen. Eventuell müsst ihr noch die Nutzungsbedingungen akzeptieren und noch ein paar andere Sachen ausfüllen. Ihr könnt euch dann direkt mit eurem DJI-Account anmelden oder frisch registrieren. Ich hoffe, das Video war soweit hilfreich für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fliegen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, abonniert meinen Kanal für weitere Videos und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.